Grünge! Junge! Waaah! Ich dachte, zeig mit euch. Sollen wir sagen, wieviel Aufrufe? Lass später, danach. Zutze gleich noch mehr. Hast du gestartet? Stell mal deine Knie vernünftig. Hast du gestartet? Lass abwechseln. Hast du gestartet? Welches Prinzip? Letztes Mal, liest du erstmal Überschrift. Danach jedes Wort nach jedem Wort. Aber langsam. Ein Wort. Danach Pause. Danach noch ein Wort Pause. Warte, bis sie ein bisschen was war. Okay, liest die Verschrift Deutsch. Warte, warte, warte. Wir müssen erstmal Wasser holen. Du mögst, Kair. Mutter liest Jugendwörter. Gofi. Weißt du, was Gofi ist? Nee? Okay. Kennst du dich? Von Mickey Mouse? Gofi. So shiny. YOLO. Keine Ahnung, was das ist. Swag. Wow. Ich denke, du bist so eklig. Das war der Pfot? Das war der Pfot. Nein, das war der Pfot. Das war der Pfot. Fisch. Guck nicht so erst. Du bist wieder. Ey, meine Hose wirklich durchsichtigt. Grin, gell? Schluck doch nicht in den Mund! Du ecklinger! Du bist Eichel! Du bist schon leer! Du musst den Mund auch richtig voll machen! Ja ok! Ist nicht bestimmt passiert! Boah Elio! steilensmaier was das alles mitgebracht! Teofilos Junior Destelmaier Dez dich aus der Bauch Dez dich aus dem Bauch Dez dich auf der Bauch Teofilos Junior Destelmaier Dez dich aus dem Bauch Dez dich aus dem Bauch Das war gut. Mann! Geringswerden Geringswerden Das habe ich mal ein bisschen wieder vorgemacht. Das ist ein normales deutsches Wort. Biss ich nicht, musst du besser schreiben. Geringswerden Werden Geringswerden Werden Werden Zeig mal Geringverdiener Ja ok, ich schreibe scheiße NPS Nonplayable Spieler Weißt du NPC? Kennst du? Zum Glück war ich vorher aufs Klo, Alter. Ritz! 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 Machst du schon? Ritz! Ritz! Du mit der Waren Gives dich Nase oder was? Oh, ich habe mir das blicken. Ritz! Hier! Quatscht doch nicht. Maxime! Gibt es mich an! Digga, VAZ! Und wieder eu. Und wieder eu. Und wieder eu. Das ist das. Das ist das. Das ist das Götchenk. Das ist das Götchenk. Das ist das Götchenk. Schiii! 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 Was ist das? Du hast das voll geslade. Kommentiert Thema für das nächste Mutterlist vor Video. Mach mal Winkel, Winkel. Ah, weißt du wie viele Zuschauer dort ist? Letztes Mal als ich geguckt habe, knapp 25 Schrauben. Ach schlade. Ach nee. Wie glaubt ihr das nicht? Nein, nein, nein. Ja, guck. Haben wir gefilmt überhaupt? Boah, das ist so eklig kalt. Ey Daniela Junge, was machst du? Was pinkelst du mich an? Schluck doch nicht in euren Mund.